Grosse Menschenmengen, an verschiedenen Orten, richtig leiten und umleiten, Menschenstau verhindern, das ist das, was ich sowieso sage. Mit unseren Sensoren und der extra entwickelten Software können wir das sehr genau steuern, und zwar weltweit. Und genauso haben wir es gerne in der Finanzbuchhaltung, bei den Lohnabrechnungen, bei der Verarbeitung von Produktions- und Kundenaufträgen und auch bei vielen mehr. Darum arbeiten wir gerne mit der OBT zusammen. Die OBT weiss, wie anspruchsvoll wir sind, denn wir sind selber aus der IT-Branche. Und so macht es auch Spass. Seit vielen Jahren dürfen wir Gsowice mit der Abakus-Software unterstützen und gemeinsam wachsen. Danke dem Gsowice und der ganze OBT für die erfolgreiche Zusammenarbeit.